b. Selbstbewusstsein 4. Die Wahrheit der Gewissheit seiner Selbst In den bisherigen Weisen der Gewissheit ist dem Bewusstsein das Wahre etwas anderes als es selbst. Der Begriff dieses Wahren verschwindet aber in der Erfahrung von ihm. Wie der Gegenstand unmittelbar an sich war, das Seiende der sinnlichen Gewissheit, das konkrete Ding der Wahrnehmung, die Kraft des Verstandes, so erweist er sich vielmehr nicht in Wahrheit zu sein, sondern dies an sich, ergibt sich als eine Weise, wie er nur für ein Anderes ist. Der Begriff von ihm hebt sich an dem wirklichen Gegenstande auf, oder die erste unmittelbare Vorstellung in der Erfahrung und die Gewissheit ging in der Wahrheit verloren. Nunmehr aber ist dies entstanden, was in diesen früheren Verhältnissen nicht zustande kam, nämlich eine Gewissheit, welche ihrer Wahrheit gleich ist. Denn die Gewissheit ist sich selbst ihr Gegenstand, und das Bewusstsein ist sich selbst das Wahre. Es ist darin zwar auch ein Anderssein, das Bewusstsein unterscheidet nämlich, aber ein solches, das für es zugleich ein Nichtunterschiedenes ist. Nennen wir Begriff die Bewegung des Wissens, den Gegenstand aber das Wissen als ruhige Einheit oder als Ich, so sehen wir, dass nicht nur für uns, sondern für das Wissen selbst der Gegenstand dem Begriffe entspricht. Oder auf die andere Weise, den Begriff, das genannt, was der Gegenstand an sich ist, den Gegenstand aber das, was er als Gegenstand oder für ein Anderes ist, so erhält, dass das An-Sich-Sein und das Für-ein-Anderes-Sein dasselbe ist. Denn das An-Sich ist das Bewusstsein. Es ist aber ebenso dasjenige, für welches ein Anderes das an sich ist. Und es ist für es, dass das An-Sich des Gegenstandes und das Sein desselben für ein Anderes dasselbe ist. Mit dem Selbstbewusstsein sind wir also nun in das einheimische Reich der Wahrheit, Es ist zu sehen, wie die Gestalt des Selbstbewusstseins zunächst auftritt. Betrachten wir diese neue Gestalt des Wissens, das Wissen von sich selbst, im Verhältnis zu dem vorhergehenden, dem Wissen von einem anderen, so ist dies zwar verschwunden, aber seine Momente haben sich zugleich ebenso aufbewahrt, und der Verlust besteht darin, dass sie hier vorhanden sind, wie sie an sich sind. Das Sein der Meinung, die Einzelheit und die ihr entgegengesetzte Allgemeinheit der Wahrnehmung sowie das leere Innere des Verstandes sind nicht mehr als Wesen, sondern als Momente des Selbstbewusstseins, d.h. als Abstraktionen oder Unterschiede, welche für das Bewusstsein selbst zugleich nichtig oder keine Unterschiede und rein verschwindende Wesen sind. Es scheint also nur das Hauptmoment selbst verloren gegangen zu sein, nämlich das einfache, selbstständige Bestehen für das Bewusstsein. Aber in der Tat ist das Selbstbewusstsein die Reflexion aus dem Sein der sinnlichen und wahrgenommenen Welt und wesentlich die Rückkehr aus dem Anderssein. Es ist als Selbstbewusstsein Bewegung. Aber indem es nur sich selbst als sich selbst von sich unterscheidet, so ist ihm der Unterschied unmittelbar als ein Anderssein aufgehoben. Der Unterschied ist nicht. Und es nur die bewegungslose Tautologie des Ich-Bin-Ich. Indem ihm der Unterschied nicht auch die Gestalt des Seins hat, ist es nicht Selbstbewusstsein. Es ist hiermit für es das Anderssein als ein Sein oder als unterschiedenes Moment. Aber es ist für es auch die Einheit seiner selbst mit diesem Unterschiede als zweites unterschiedenes Moment. Mit jenem ersten Momente ist das Selbstbewusstsein als Bewusstsein und für es die ganze Ausbreitung der sinnlichen Welt erhalten, aber zugleich nur als auf das zweite Moment die Einheit des Selbstbewusstseins mit sich selbst bezogen. Und sie ist hiermit für es ein Bestehen, welches aber nur Erscheinung oder Unterschied ist, der an sich kein Sein hat. Dieser Gegensatz seiner Erscheinung und seiner Wahrheit hat aber nur die Wahrheit, nämlich die Einheit des Selbstbewusstseins mit sich selbst zu seinem Wesen. Diese muß ihm wesentlich werden, das heißt, es ist Begierde überhaupt. Das Bewusstsein hat als Selbstbewusstsein nunmehr einen gedoppelten Gegenstand, den einen, den unmittelbaren, den Gegenstand der sinnlichen Gewissheit und des Wahrnehmens, der aber für es mit dem Charakter des Negativen bezeichnet ist, und den Zweiten, nämlich sich selbst, welcher das wahre Wesen und zunächst nur erst im Gegensatze des Ersten vorhanden ist. Das Selbstbewusstsein stellt sich hierin als die Bewegung dar, worin dieser Gegensatz aufgehoben und ihm die Gleichheit seiner selbst mit sich wird. Der Gegenstand, welcher für das Selbstbewusstsein das Negative ist, ist aber seinerseits für uns oder an sich ebenso in sich zurückgegangen als das Bewusstsein andererseits. Er ist durch diese Reflexion in sich Leben geworden. Was das Selbstbewusstsein als seiend von sich unterscheidet, hat auch insofern, als es seiend gesetzt ist, nicht bloß die Weise der sinnlichen Gewissheit und der Wahrnehmung an ihm, sondern es ist in sich reflektiertes Sein, und der Gegenstand der unmittelbaren Begierde ist ein lebendiges. Denn das an sich oder das allgemeine Resultat des Verhältnisses des Verstandes zu dem Innern der Dinge ist das Unterscheiden des Nicht-zu-Unterscheidenden oder die Einheit des Unterschiedenen. Diese Einheit aber ist ebenso sehr, wie wir gesehen, ihr Abstoßen von sich selbst, und dieser Begriff entzweit sich in den Gegensatz des Selbstbewusstseins und des Lebens. Jenes, die Einheit, für welche die unendliche Einheit der Unterschiede ist, dieses aber ist nur diese Einheit selbst, so dass sie nicht zugleich für sich selbst ist. So selbstständig also das Bewusstsein, ebenso selbstständig ist an sich sein Gegenstand. Das Selbstbewusstsein, welches schlechthin für sich ist und seinen Gegenstand unmittelbar mit dem Charakter des Negativen bezeichnet oder zunächst Begierde ist, wird daher vielmehr die Erfahrung der Selbstständigkeit desselben machen. Die Bestimmung des Lebens, wie sie sich aus dem Begriffe oder dem allgemeinen Resultate ergibt, mit welchem wir in diese Sphäre eintreten, ist hinreichend, es zu bezeichnen, ohne dass seine Natur weiter daraus zu entwickeln wäre. Ihr Kreis beschließt sich in folgenden Momenten. Das Wesen ist die Unendlichkeit als das Aufgehobensein aller Unterschiede, die reine achsendrehende Bewegung, die Ruhe ihrer Selbst als absolut unruhiger Unendlichkeit, die Selbstständigkeit selbst, in welcher die Unterschiede der Bewegung aufgelöst sind, das einfache Wesen der Zeit, das in dieser Sich-Selbst-Gleichheit die gediegene Gestalt des Raumes hat. Die Unterschiede sind aber an diesem einfachen allgemeinen Medium ebenso sehr als Unterschiede, denn diese allgemeine Flüssigkeit hat ihre negative Natur nur, indem sie ein Aufheben derselben ist, aber sie kann die Unterschiede nicht aufheben, wenn sie nicht ein Bestehen haben. Eben diese Flüssigkeit ist als die sich selbstgleiche Selbstständigkeit selbst das Bestehen oder die Substanz derselben, worin sie also als unterschiedene Glieder und für sich seiende Teile sind. Das Sein hat nicht mehr die Bedeutung der Abstraktion des Seins, noch ihre reine Wesenheit die der Abstraktion der Allgemeinheit, sondern ihr Sein ist eben jene einfache flüssige Substanz der reinen Bewegung in sich selbst. Der Unterschied dieser Glieder gegeneinander aber als Unterschied besteht überhaupt in keiner anderen Bestimmtheit als der Bestimmtheit der Momente der Unendlichkeit oder der reinen Bewegung selbst. Die selbstständigen Glieder sind für sich. Dieses Für-sich-Sein ist aber vielmehr ebenso unmittelbar ihre Reflexion in die Einheit, als diese Einheit die Entzweihung in die selbstständigen Gestalten ist. Die Einheit ist entzweit, weil sie absolut negative oder unendliche Einheit ist und weil sie das Bestehen ist, so hat auch der Unterschied Selbstständigkeit nur an ihr. Diese Selbstständigkeit der Gestalt erscheint als ein Bestimmtes für Anderes, denn sie ist ein Entzweites und das Aufheben der Entzweihung geschieht insofern durch ein Anderes. Aber es ist ebenso sehr an ihr Selbst, denn eben jene Flüssigkeit ist die Substanz der selbstständigen Gestalten, diese Substanz aber ist unendlich. Die Gestalt ist darum in ihrem Bestehen selbst die Entzweihung oder das Aufheben ihres Für-sich-Seins. Unterscheiden wir die hierin enthaltenen Momente näher, so sehen wir, dass wir zum ersten Momente das Bestehen der selbstständigen Gestalten oder die Unterdrückung dessen haben, was das Unterscheiden an sich ist, nämlich nicht an sich zu sein und kein Bestehen zu haben. Das zweite Moment aber ist die Unterwerfung jenes Bestehens unter die Unendlichkeit des Unterschiedes. Im ersten Moment ist die bestehende Gestalt als Für-sich-Seiend oder in ihrer Bestimmtheit unendliche Substanz tritt sie gegen die allgemeine Substanz auf, verleugnet diese Flüssigkeit und Kontinuität mit ihr und behauptet sich als nicht in diesem Allgemeinen aufgelöst, sondern vielmehr als durch die Absonderung von dieser ihrer unorganischen Natur und durch das Aufzehren derselben sich erhaltend. Das Leben in dem allgemeinen flüssigen Medium, ein ruhiges Auseinanderlegen der Gestalten, wird eben dadurch zur Bewegung derselben oder zum Leben als Prozess. Die einfache allgemeine Flüssigkeit ist das An-sich und der Unterschied der Gestalten das Andere. Aber diese Flüssigkeit wird selbst durch diesen Unterschied das Andere. Denn sie ist jetzt für den Unterschied, welcher an und für sich selbst und daher die unendliche Bewegung ist, von welcher jenes ruhige Medium aufgezehrt wird, das Leben als Lebendiges. Diese Verkehrung aber ist darum wieder die Verkehrtheit an sich selbst. Was aufgezehrt wird, ist das Wesen. Die auf Kosten des Allgemeinen sich Erhaltende und das Gefühl ihrer Einheit mit sich selbst sich gebende Individualität hebt gerade damit ihren Gegensatz des Anderen, durch welchen sie für sich ist, auf. Die Einheit mit sich selbst, welche sie sich gibt, ist gerade die Flüssigkeit der Unterschiede oder die allgemeine Auflösung. Aber umgekehrt ist das Aufheben des individuellen Bestehens ebenso das Erzeugen desselben. Denn da das Wesen der individuellen Gestalt das allgemeine Leben und das für sich Seiende an sich einfache Substanz ist, so hebt es, indem es das Andere in sich setzt, diese seine Einfachheit oder sein Wesen auf, das heißt, es entzweit sie. Und dies Entzweien der unterschiedslosen Flüssigkeit ist eben das Setzen der Individualität. Die einfache Substanz des Lebens also ist die Entzweihung ihrer Selbst in Gestalten und zugleich die Auflösung dieser bestehenden Unterschiede. Und die Auflösung der Entzweihung ist ebenso sehr Entzweien oder ein Gliedern. Es fallen damit die beiden Seiten der ganzen Bewegung, welche unterschieden wurden, nämlich die in dem allgemeinen Medium der Selbstständigkeit ruhig auseinandergelegte Gestaltung und der Prozess des Lebens ineinander. Der Letztere ist ebenso sehr Gestaltung, als er das Aufheben der Gestalt ist. Und das Erste, die Gestaltung, ist ebenso sehr ein Aufheben, als sie die Gliederung ist. Das flüssige Element ist selbst nur die Abstraktion des Wesens. Oder es ist nur als Gestalt wirklich. Und dass es sich gliedert, ist wieder ein Entzweien des Gegliederten oder ein Auflösen desselben. Dieser ganze Kreislauf macht das Leben aus. Weder das, was zuerst ausgesprochen wird, die unmittelbare Kontinuität und Gediegenheit seines Wesens, noch die bestehende Gestalt und das für sich seiende Diskrete, noch der reine Prozess derselben, noch auch das einfache Zusammenfassen dieser Momente, sondern das sich entwickelnde und seine Entwicklung auflösende und in dieser Bewegung sich einfach erhaltende Ganze. In dem von der ersten unmittelbaren Einheit ausgegangen und durch die Momente der Gestaltung und des Prozesses hindurch zur Einheit dieser beiden Momente und damit wieder zur ersten einfachen Substanz zurückgekehrt wird, so ist diese reflektierte Einheit eine andere als die erste. Gegen jene, unmittelbare oder als ein Sein ausgesprochene, ist diese zweite die allgemeine, welche alle diese Momente als Aufgehobene in ihr hat. Sie ist die einfache Gattung, welche in der Bewegung des Lebens selbst nicht für sich als dies Einfache existiert, sondern in diesem Resultate verweist das Leben auf ein anderes, als es ist, nämlich auf das Bewusstsein, für welches es als diese Einheit oder als Gattung ist. Dies andere Leben aber, für welches die Gattung als solche und welches für sich selbst Gattung ist, das Selbstbewusstsein, ist sich zunächst nur als dieses einfache Wesen und hat sich als reines Ich zum Gegenstande. In seiner Erfahrung, die nun zu betrachten ist, wird sich ihm dieser abstrakte Gegenstand bereichern und die Entfaltung erhalten, welche wir an dem Leben gesehen haben. Das einfache Ich ist diese Gattung oder das einfache Allgemeine, für welches die Unterschiede keine sind, nur indem es negatives Wesen der gestalteten selbstständigen Momente ist und das Selbstbewusstsein ist hiermit seiner Selbst nur gewiss durch das Aufheben dieses Anderen, das sich ihm als selbstständiges Leben darstellt, es ist Begierde. Der Nichtigkeit dieses Anderen gewiss setzt es für sich dieselbe als seine Wahrheit, vernichtet den selbstständigen Gegenstand und gibt sich dadurch die Gewissheit seiner Selbst als wahre Gewissheit, als solche, welche ihm selbst auf gegenständliche Weise geworden ist. In dieser Befriedigung aber macht es die Erfahrung von der Selbstständigkeit seines Gegenstandes. Die Begierde und die in ihrer Befriedigung und die in ihrer Befriedigung erreichte Gewissheit seiner Selbst ist bedingt durch ihn, denn sie ist durch Aufheben dieses Anderen. Dass dies Aufheben sei, muss dies Andere sein. Das Selbstbewusstsein vermag also durch seine negative Beziehung ihn nicht aufzuheben, Es erzeugt ihn darum vielmehr wieder, so wie die Begierde. Es ist in der Tat ein anderes als das Selbstbewusstsein, das Wesen der Begierde. Und durch diese Erfahrung ist ihm selbst diese Wahrheit geworden. Zugleich aber ist es ebenso absolut für sich und ist dies nur durch Aufheben des Gegenstandes und es muss ihm seine Befriedigung werden, denn es ist die Wahrheit. Um der Selbstständigkeit des Gegenstandes willen kann es daher zur Befriedigung nur gelangen, indem dieser selbst die Negation an ihm vollzieht. Und er muss diese Negation seiner selbst an sich vollziehen, denn er ist an sich das Negative und muss für das Andere sein, was er ist. Indem er die Negation an sich selbst ist und darin zugleich selbstständig ist, ist er Bewusstsein. An dem Leben, welches der Gegenstand der Begierde ist, ist die Negation entweder an einem Anderen, nämlich an der Begierde, oder als Bestimmtheit gegen eine andere gleichgültige Gestalt oder als seine unorganische, allgemeine Natur. Diese allgemeine, selbstständige Natur aber, an der die Negation als absolute ist, ist die Gattung als solche oder als Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem Anderen Selbstbewusstsein. In diesen drei Momenten ist erst der Begriff des Selbstbewusstseins vollendet. A. Reines, ununterschiedenes Ich ist sein erster, unmittelbarer Gegenstand. B. Diese Unmittelbarkeit ist aber selbst absolute Vermittlung. Sie ist nur als Aufheben des selbstständigen Gegenstandes oder sie ist Begierde. Die Befriedigung der Begierde ist zwar die Reflexion des Selbstbewusstseins in sich selbst oder die zu Wahrheit gewordene Gewissheit. C. Aber die Wahrheit derselben ist vielmehr die gedoppelte Reflexion, die Verdopplung des Selbstbewusstseins. Es ist ein Gegenstand für das Bewusstsein, welcher an sich selbst sein Anderssein oder den Unterschied als einen nichtigen setzt und darin selbstständig ist. Die unterschiedene, nur lebendige Gestalt hebt wohl im Prozesse des Lebens selbst auch ihre Selbstständigkeit auf, aber sie hört mit ihrem Unterschiede auf, zu sein, was sie ist. Der Gegenstand des Selbstbewusstseins ist aber ebenso selbstständig in dieser Negativität seiner Selbst und damit ist er für sich selbst Gattung, allgemeine Flüssigkeit in der Eigenheit seiner Absonderung. Er ist lebendiges Selbstbewusstsein. Es ist ein Selbstbewusstsein für ein Selbstbewusstsein. Erst hierdurch ist es in der Tat, denn erst hierin wird für es die Einheit seiner Selbst in seinem Anderssein. Ich, das der Gegenstand seines Begriffs ist, ist in der Tat nicht Gegenstand. Der Gegenstand der Begierde aber ist nur selbstständig, denn er ist die allgemeine, unvertilgbare Substanz, das flüssige, sich selbstgleiche Wesen, in dem ein Selbstbewusstsein der Gegenstand ist, ist er ebenso wohl ich wie Gegenstand. Hiermit ist schon der Begriff des Geistes für uns vorhanden. Was für das Bewusstsein weiter wird, ist die Erfahrung, was der Geist ist, diese absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbstständigkeit ihres Gegensatzes, nämlich verschiedener für sich seiender Selbstbewusstseine, die Einheit derselben ist. Das Bewusstsein hat erst in dem Selbstbewusstsein als dem Begriffe des Geistes seinen Wendungspunkt, auf dem es aus dem farbigen Scheine des sinnlichen Diesseits und aus der leeren Nacht des übersinnlichen Jenseits in den geistigen Tag der Gegenwart einschreitet. Das Bewusstsein hat erst der Gegenwart einschreitet. Das Bewusstsein hat erst Das Bewusstsein hat erst